Bonjour aus Frankreich. Heute geht es in eine neue Rallye und ich habe das Spiel, ihr habt es jetzt mitbekommen, 2-3 Tage nicht auf dem Channel gehabt. Ich habe es 2-3 Tage auch ruhen lassen, unter anderem weil auch neue Games jetzt rauskamen, Infinite Warfare und auch Playstation VR, was ich reichlich gespielt habe. Weiteren Content werdet ihr in den Folgetagen sehen und ja, ich habe mir auch gedacht, es wäre ganz sinnvoll, jetzt ein bisschen Abstand zu nehmen, nachdem ich glaube ich 3 Totalschäden hatte oder 2,5. Wie war das nochmal? Bei der letzten Rallye, da bin ich irgendwie abgeflogen und davor habe ich 2 Crashes gehabt, die mir so ziemlich das gesamte Fahrzeug lediert haben. Da ist es manchmal gut, einfach 2-3 Tage Ruhe zu nehmen, sich nicht dadurch beeinflussen zu lassen und dann wieder mit frischem Elan hier durch zu starten. So, wir werden auf jeden Fall in Frankreich versuchen dies zu tun. Auf Asphalt ist die KI extrem schnell, deswegen werde ich vielleicht, Huch, sorry, jetzt bin ich kurz gegen das Mikro gekommen, deswegen werde ich hier zwar versuchen, möglichst schnell zu sein, werde aber nicht die ganze Zeit auf Bestzeitkurs fahren, da ich weiß, wo die Stärken der KI sind und eben beim Asphalt, bei Asphaltfahrten, da ist sie vorhanden. Let's go! 20, links 6, verhängt sich 3, 30, rechts 3, verhängt sich 2, kurz, und rechts 6, 30, rechts 2, innen halten, öffnet sich, lang, 30. Links 3, kurz, in links 4, lang, 30. Achtung, rechts 5, verhängt sich 1, nicht schneiden, 60. Links 3, lang, verhängt sich. Und links 5, Achtung! Und rechts 2, schneiden, 40. Links 3, lang. Rechts 4, öffnet sich, 40. Achtung, Fremde. Abschweigung, links abbiegen, breiter, links schneiden, 50. Rechts 3, lang, links 6, verhängt sich 4, 100. Links 4, kurz, innen halten, rechts 4, innen halten, und links 3, nicht schneiden. Rechts 3, lang, 40. Links 3, kurz, öffnet sich, innen halten. Rechts 2, kurz, in links 3, Achtung! Und rechts 6, 40. Achtung, Fremde, Abschweigung, Anhandel, links, 40. Rechts 4, a fond! In links 4, verhängt sich 3, kurz, in rechts 2, kurz, öffnet sich, innen halten. Und links 4, innen halten. Rechts 5, kurz, und links 4, kurz, 50. Rechts 3, kurz, in links 3, 80. Achtung, Fremde, Bremse, Harnadel, rechts, nicht schneiden, öffnet sich, 50. Offene Harnadel, links, und Abschweigung, 30. Rechts 3, kurz, außen halten, 50. Achtung, Fremde, Harnadel, rechts, und offene Harnadel, links, öffnet sich, lang, 60. Rechts 4, kurz, in links 4, kurz, außen halten, 30. Links 3, kurz, in rechts 5, und links 3, in rechts 2, öffnet sich, 30. Links 6, Bremse, verhängt sich 3, kurz, 40. Gefahr, rechts 5, verhängt sich 1, in links 3, lang, verhängt sich. In rechts 2, links 5, 50. Links 2, schneiden, in rechts 5, in links 6. Schneiden, genau. In links 5, kurz, rechts 4, links 5, rechts 4, verhängt sich 3, in, geschafft. Also, hätte ich die eine Kurve geschnitten, dann wäre ich in der Mauer gelandet. Das ist schon mal sicher. Und wir haben die Bestzeit. Über 2 Sekunden Vorsprung. Bam. Boah. Alter, Befreiungsschlag pur, ey. Puh. Krasse Sache. Ja, sehr gut. Den ersten Tag schon mal erfolgreich abgeschlossen. So viel muss dann nicht repariert werden. Die Bremsen und die Reifen, das sind so die Verschleißteile. Gut, die Karosserie, was ich da jetzt kaputt gemacht haben soll, weiß ich nicht. Aber wir haben alles repariert. Und wir sind auf einer 7,8 Kilometer großen Etappe. Oder langen Etappe. 5 Kilometer, dann nochmal 7,8. Gespiegelt, oder? Es sieht nach exakt derselben Etappe aus. Mit selben Startpunkt. Und auch mit dem selben Namen. Okay, es ist zweimal dieselbe Etappe, die wir heute fahren. Mal gucken, wie ich dann beim zweiten Anlauf unterwegs bin, im Vergleich zum ersten. Vielleicht, ähm... Improven wir uns da um eine halbe Minute oder so. Wer weiß. Nö, wäre aber natürlich super, wenn wir da 5 Sekunden oder so gut machen. Ich glaube, das ist durchaus eine realistische Zahl. Gerade eben bin ich auch hin und wieder ein bisschen Risiko eingegangen. Ich erinnere mich da an eine Doppel-Vierer-Kombination. Ich glaube, rechts vier, links vier. Und dann habe ich für die rechts vier kaum gebremst. Für die links vier wollte ich auch kaum bremsen. Und dann habe ich mir doch gedacht, ja, ein bisschen mehr bremsen wäre ganz gut. Habe es im Endeffekt ein bisschen gemacht. Aber insgesamt habe ich das Auto schon gut um die Kurven geschmissen. Ich fühle mich gut. Und ich versuche jetzt auf den zwei 8 Kilometer langen Etappen und auf der 5-Kilometer-Etappe vorsichtiger zu fahren, aber trotzdem schnell. 20, rechts 6, in links 3, in rechts 3, öffnet sich. Und links 2, öffnet sich. Und rechts 3, kurz, öffnet sich. In links 2, 30. Rechts 4, außen halten, 30. Rechts 3, kurz, Achtung, in links 5, in Haarennadel links, nicht schneiden. Baum innen, 50. Haarennadel rechts, öffnet sich, 60. Rechts 5, Bremse, in Haarennadel links, 40. Links 3, schneiden, rechts 3, kurz, schneiden, 40. Links 4, kurz, 30. Rechts 4, außen halten. Und rechts 2, schneiden, in Abschweigung. Rechts abbiegen, 30. Links 3, nicht schneiden. Rechts 4, 40. Links 5, rechts 4, kurz, 40. Rechts 3, und links 3, und Abzweigung. Hin links 3, rechts 3, öffnet sich. Lang und links 3, sehr lang, 30. Achtung, rechts 3, in Haarennadel rechts, 40. Links 1, 30. Rechts 3, außen halten. Und rechts 3, und links 3, kurz, beengt sich, 30. Rechts 4, beengt sich, 2. Innen halten. Hin links 3, beengt sich, 30. Rechts 4, Vollbremsung, in Abschweigung. Beengt sich, 3. Schlag, Beengung. Uh, kaum gesehen. Links 3, öffnet sich. Und rechts 2. In links 4, kurz, rechts 3, kurz, links 4, land, 40. Rechts 5, innen halten. In links 3, kurz, 40. Rechts 3, innen halten, 30. Links 3, beengt sich, in Achtung, wo ist die Links? 20, Abzweigung, links abbiegen, nicht schneiden. Breiter, links 4, beengt sich, in rechts 2, schneiden. Links 4, kurz, rechts 5, beengt sich, 4. In links 4, beengt sich. In Achtung, rechts 4, beengt sich. Vollbremsung, in Abzweigung. Rechts 2, rechts 2, in links 4, rechts 4, kurz, links 4. Und rechts 5, kurz, 40. Links 4, rechts 3, nicht schneiden. In links 3, kurz. Und Achtung, wo ist die Links? 20, links 4, kurz, rechts 4, kurz, Knoten, 40. Rechts 4, schneiden, in links 5, in rechts 3, öffnet sich, 40. Rechts 4, nicht schneiden, in links 3, kurz. Und rechts 5, kurz, in links 3, beengt sich. Rechts 4, beengt sich. Und Abschweigung, in links 4, kurz, rechts 4, in Tunnel, 80. Links 4, öffnet sich, innen halten. Rechts 3, kurz, Achtung. In links 4, in Haarnadel, links. In rechts 2, und links 3, innen halten. In rechts 2, kurz, 50. Achtung, Bremse. Abzweigung, links 2, nicht schneiden. Schild innen, 40. Rechts 6, Achtung. 30, rechts 4, in links 3, kurz. Rechts 5, außen halten. Rechts 4, rechts 3, kurz, nicht schneiden. 30, Achtung. Rechts 3, Bremse, in Abschweigung, beengt sich. Rechts 4, Bremse, in links 2, rechts 3. Und links 1, rechts 4, a fond. In rechts 5, über Kuppe, beengt sich 4, in links 3, beengt sich. In rechts 5, beengt sich 3, lang, in links 6. Und, geschafft. Also einige Ansagen, eine Kurve zu schneiden, sind echt Banane. Das ist wirklich manchmal echt schlimm. Der Typ sagt, ja, rechts 3, schneiden, und da ist ein Schild. Und ich sehe, dass da ein Schild ist. Im letzten Moment zwar nur, aber ich sehe es. Immerhin. 2 Sekunden Rückstand, das ist der dritte Platz aktuell in der Gesamtwertung. Ich habe mir das Zusatzziel gar nicht angeschaut. Auf jeden Fall sind wir da bis jetzt ganz gut unterwegs. Okay, die zweite Fahrt bei der Strecke wird wahrscheinlich nachts sein. Denn wir haben jetzt spät abends. Und es ist neblig. Auch nicht so geil. So, dann würde ich sagen, let's go. Ohne hier lange wieder rumzutalken. 40, rechts 3, nicht schneiden. Baum innen. Und links 3, 30. Rechts 3, hin links 3, außen halten. Und links 3, beengt sich. Und rechts 3, öffnet sich. Und rechts 5, 30. Links 3, innen halten. In rechts 5, innen halten. Und links 2, öffnet sich. Lang, rechts 3, beengt sich. In Abzweigung, 30. Links 5, innen halten. Rechts 4. Und links 4, kurz. Rechts 3, 40. Links 2, und Achtung, rechts 4, Bremse. In Harnadel rechts. Und links 6, außen halten. 40. Links 2, schneiden. Rechts 4, 40. Rechts 4, kurz. Überkuppe, in links 3, 50. Links 6, öffnet sich. In links 3, beengt sich. Und öffnet sich. Rechts 4, lang. Innen halten. Links 5, rechts 4, 50. Rechts 4, kurz, 30. Rechts 3, lang. Öffnet sich. In links 3, öffnet sich. Lang, 30. Achtung, spitz rechts, beengt sich 2, in Abzweigung, 30. Links 4, kurz, 40. Rechts 4, schneiden. In links 5, rechts 5, lang. Beengt sich 3, was soll ich denn da schneiden? Das verstehe ich nicht. Links 4, ach so. So eine Pappnase, der bringt mich komplett aus dem Konzept, ey. Rechts 5, bremse. In links 2. Rechts 4, beengt sich 3. In links 3, kurz, 30. Links 3, kurz. Rechts 4, öffnet sich. Anhandel links, schneiden. 50. Links 5, kurz, und auf der Harnadel rechts, öffnet sich. 50. Rechts 4, 30. Rechts 4, kurz, hin links 3. Rechts 4, kurz, 30. Achtung, Bremse. Abzweigung, links, abbiegen, schneiden. Links 5, Bremse. Beengt sich 3, kurz, hin schneiden. Und rechts 6, kurz, 40. Rechts 3, kurz, 30. Links 3, 40. Rechts 5, 50. Ja, also, das Ding ist, wenn... Jawohl, 5 Sekunden Bestzeit. Und das trotz 2, 3 kleiner Zwischenfälle. Das Ding ist, wenn jemand dir falsche Informationen gibt, dann bist du total verunsichert. Ich denke mir zum Beispiel in dem Moment, naja, was will der von mir? Und deswegen habe ich direkt danach den Fehler gemacht, weil ich an diese eine Sache gedacht habe. Okay, das dritte Rennen des Tages, Hä, wir sind an Tag 2 und jetzt... Der Nebel ist aufgeklart und die Sonne scheint wieder, so ein bisschen. Quasi morgengrauen. What the hell? Es wird zum Glück doch keine Nachtfahrt. Auch keine Nachtfahrt bei Nebel. Das ist noch besser. Nee, aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht mehr darauf hören, wann er sagt schneiden, nicht schneiden. Sondern ich werde einfach so fahren, wie ich denke, dass es richtig ist. Wenn er die Kurven ansagt. Ich komme mir mittlerweile mit den Ansagen einigermaßen zurecht. Die Zeiten passen auch im Moment. Wir sind ganz vorne im Moment. Also, wenn wir das weiterhin so durchstehen, dann haben wir hier vielleicht einen weiteren oder unseren ersten Ready-Sieg. Los geht's! 20, rechts 6, in links 3, in rechts 3, öffnet sich. Und links 2, öffnet sich. Und rechts 3, kurz, öffnet sich. In links 2, 30. Rechts 4, außen halten, 30. Rechts 3, kurz, Achtung! In links 5, in Hallenadel links, nicht schneiden. Baum innen, 50. Okay, das war schlecht. Hallenadel rechts, öffnet sich, 60. Rechts 5, bremse, in Hallenadel links, 40. Links 3, schneiden. Rechts 3, kurz, schneiden, 40. Links 4, kurz, 30. Rechts 4, außen halten. Und rechts 2, schneiden, heben, Abzweigung. Rechts abbiegen, 30. Genau, schneiden. Links 3, dicht schneiden. Rechts 4, 40. Links 5, rechts 4, kurz, 40. Rechts 3, links 3, und Abzweigung. In links 3, rechts 3, öffnet sich. Lang, links 3, sehr lang, 30. Achtung! Rechts 3, rechts 3, in Hallenadel rechts, 40. Links 1, 30. Rechts 3, außen halten. Und rechts 3, und links 3, kurz, beengt sich, 30. Rechts 4, beengt sich, 2. Innen halten. In links 3, beengt sich, 30. Ah, ich mache viel zu viele Fehler. Das ist sehr blöd, wie ich gerade fahre. Rechts 4, Vollbremsung, in Abschweigung. Beengt sich, 3. Lang, beengt sich. Und links 3, öffnet sich. Und rechts 2. In links 4, kurz. Und rechts 3, kurz. Und links 4, lang, 40. Jetzt muss ich das korrigieren, aber darf keine Fehler machen. Rechts 5, innen halten. In links 3, kurz, 40. Rechts 3, innen halten. 30. Links 3, beengt sich. In Achtung! Du bist die links. Und links 4, beengt sich. In rechts 2, schneiden. Und links 4, kurz. Und rechts 5, beengt sich. In links 4, beengt sich. In Achtung! Rechts 4, beengt sich. Vollbremsung, in Abzweigung. Rechts 2, in links 4. Rechts 4, kurz. Links 4. Und rechts 5, kurz, 40. Links 4, rechts 3. Nicht schneiden. In links 3, kurz. Und Achtung! Du bist die links. 20. Links 4, kurz. Rechts 4, kurz. Kloten, 40. Rechts 4, schneiden. In links 5. Rechts 3, öffnet sich. 40. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3, kurz. Rechts 5, kurz. In links 3, beengt sich. Rechts 4, beengt sich. Und Abschweigung. In links 4, kurz. Rechts 4, im Tunnel. 80. Links 4, öffnet sich. Innen halten. Rechts 3, kurz. Achtung! Achtung! In links 4, in Haarnadel links. In rechts 2, und links 3. Innen halten. In rechts 2, kurz. 50. Achtung! Bremse! In rechts 3, in Abschweigung. Abschweigung. Links 2, nicht schneiden. Schild innen. 40. Rechts 6, a fond. 30. Rechts 4, in links 3, kurz. Rechts 5, außen halten. Rechts 4, rechts 3, kurz. Nicht schneiden. 30. Achtung! Rechts 3, bremse. In Abschweigung. Beengt sich. Rechts 4, bremse. In links 2, in rechts 3. Und links 1, rechts 4, a fond. In rechts 5, überkuppe. Beengt sich 4, in links 3. Beengt sich. In rechts 5, beengt sich 3. Lang, in links 6. Und geschafft! Okay, ich glaube, jetzt habe ich doch noch einiges an Zeit gut gemacht. Und tatsächlich, wir sind nur eine Sekunde zurück. Ich glaube, beim ersten Lauf hier waren wir 6 Sekunden zurück. Bei dieser Etappe. Und wir haben insgesamt einen Vorsprung von 4,8 Sekunden. Das ist ziemlich komfortabel im Moment. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und es bleiben noch zwei Etappen. Die Power Stage und entsprechend die eine hier. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sorry. Rally-Fans denken sich jetzt. Eieiei. Warum weiß der das nicht? Aber... So. Reparaturen. So schlimm war es tatsächlich auch nicht. Und wir müssen... Achso, Wertungsprüfung einfach nur. Genau. Ne, ne, ne. Sorry. Ich weiß, was Wertungsprüfung heißt. Aber eine andere Sache wusste ich, glaube ich, nicht. Naja, ist auch egal. Ist auch egal. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder bei 7,7 Kilometer in diesem Fall unterwegs sein. Und ja, mal schauen, wie das läuft. Bereit für die nächste Wertungsprüfung. Und danach geht es auf die Power Stage. Ja, ich hoffe mal, dass wir insgesamt 28 Punkte mitnehmen können. Das wäre natürlich super. Ansonsten 25 Punkte reichen mir auch. Da ist mir die Power Stage quasi schon egal. So, jetzt erstrahlt unser Citroën wieder in vollem Glanze. Los geht's. 20, rechts 5, in links 3, verengt sich. Rechts 4, in Kuppe, in links 5, innen halten. Aber ich bin auch gerade schnell unterwegs. Also ich riskiere auch viel. Rechts 4, in links 5, verengt sich 3, über Brücke, 40. Achtung, Bremse, Abzweigung, rechts abbiegen. Und links 5, Affo. In links 5, verengt sich 4, 30. Rechts 6, kurz, in links 5, kurz, verengt sich 3, lang, 30. Rechts 3, verengt sich 1, 30. Spitz links, verengt sich 4, rechts 4, öffnet sich. Und links 1, öffnet sich. Rechts 5, in links 5, in rechts 5, verengt sich 2, kurz, in links 2. Und Achtung, wo ist die rechts? 20, links 3, kurz, und links 4, innen halten. Und rechts 3, keinesfalls schneiden. In Tunnel, 30. Rechts abbiegen, in links 4, Affo. Knoten, 40. Puh. Rechts 2, kurz, öffnet sich. In links 3, kurz, 30. Rechts 4, kurz, innen halten. In Kuppe, in links 4, öffnet sich. Innen halten. In rechts 3, links 5, rechts 4, verengt sich 1. In Spitz links, verengt sich 3. Sehr lang, über Abschreibung. In Spitz rechts, über Kuppe, verengt sich. Innen halten. Sorry, ich habe gerade ins Mikro gepustet. Oh, ich bin gerade so unter Strom. Und Achtung, linke Schikane, 30. Oh nein, zu schnell. Nein, 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 nein. Auch nicht dein Ernst. Shit. Okay, jetzt voll das. Und Spitz rechts, verengt sich 3, innen halten. In links 3, verengt sich 2 und öffnet sich. Oh Mann, ey. So ein dummer Fehler. Und links 4, kurz, rechts 4, innen halten. Und links 2, kurz, außen halten. 30. Links 4, verengt sich. 50. Und Kuppe, in links 3, kurz, 40. Links 2, kurz, rechts 4, Bremse. Verengt sich 1, innen halten. In links 4, rechts 3, kurz, in links 5, 30. Links 5, 30. Rechts 5, kurz, in links 4, kurz. Und Achtung, Handnadel links, hängt nach außen. Rechts 5, in links 3, rechts 4, beengt sich. In Achtung, twist die links. 40, rechts 4. Rechts 4, beengt sich 1, in links 5, Achtung, 30. Spitz rechts, 30, links 5. Knoten, 40. Rechts 4, kurz, 30. Links 3, beengt sich 1, Knoten, 40. Rechts 5, in links 5, 30. Rechts 5, kurz, in links 3, innen halten. In rechts 3, beengt sich. 30. Nein. Ja. Links 2, kurz. Rechts 3, 30. Links 4, innen halten. Und Achtung, rechts abbiegen. In links 5, lang, beengt sich 1. In rechts 5, rechts 4, beengt sich 3. In links 4, Knoten, 40. Achtung, rechts 5. Und Handnadel rechts. In links 5, Achtung. In rechts 5. In rechts 5, lang, beengt sich 4. Und links 2, innen halten. In rechts 4, in rechts 3, lang, 30. Rechts 6, beengt sich 4. Und Achtung, links 4, in Haulnadel, links, 30. Links 5, lang, 30. Spitzrecht, 40. Achtung, Bremse, Abzweigung. Rechts abbiegen, beengt sich. Und links 6, in rechts 3, lang, in links 3. Rechts 3, öffnet sich. In Spitzrecht, 40. Geschafft. Obwohl ich an der Schikane hängen geblieben bin, hoffe ich trotzdem auf eine gute Zeit. Na, komm schon. Sag mir was Gutes. Boah. Okay, 5 Sekunden Vorsprung. Da hab ich wahrscheinlich so einen rausgehauen. Also wirklich, ich war teilweise auch über meinem Limit, glaube ich. Also man hat's hin und wieder gemerkt, aber... Alter Schwede, alles für die Bestzeit. Und es ist gut gegangen. Glücklicherweise. Jetzt noch die Powerstage. Oh, es tröpfelt. Nicht cool. Gar nicht cool für mich. Es ist neblig, es ist dunkel und es tröpfelt. Und da links unten kommt ganz creepy ein Kameramann. Reingehumpelt. Also wenn ein Kameramann so humpeln würde, dann, glaube ich, würde er keinen Job kriegen. 7,7 Kilometer. Dieselbe Etappe nochmal. Ui. Eieiei. 20, rechts, 5, in links, 3, beendet sich. Rechts, 4, in Kuppe, in links, 5, innen halten. Rechts, 4, kurz, in links, 5, beendet sich, 3, über Brücke, 40, Achtung, Fremde, Abzweigung, rechts abbiegen, links, 5, Achen, in links, 5, beendet sich, 4, 30. Rechts, 6, kurz, in links, 5, kurz, beendet sich, 3, lang, 30. Rechts, 3, beendet sich, 1, 30. Spitz, links, beendet sich, 4, rechts, 4, öffnet sich, und links, 1, öffnet sich, 30. Rechts, 5, in links, 5, in rechts, 5, beendet sich, 2, kurz, in links, 2, und Achtung, wo ist die rechts? 20, links, 3, kurz, und links, 4, innen halten, in rechts, 3, keinesfalls schneiden, ins Kuddel, 30. Rechts abbiegen, in links, 4, Achtung, Knoten, 40. Eventuell doch eine andere Etappe. Rechts, 2, kurz, öffnet sich, in links, 3, kurz, 30. An den Tunnel erinnere ich mich nicht. Rechts, 4, kurz, innen halten, in Kuppe, in links, 4, öffnet sich, innen halten, in rechts, 3, links, 5, rechts, 4, verengt sich, 1. In Spitz, links, verengt sich, 3, sehr lang, über Abzweigung, in Spitz, rechts, über Kuppe, verengt sich, innen halten. Und Achtung, linke Schikane, 30. Okay, hier ran erinnere ich mich aber. Rechts, 3, verengt sich, 1. Und Spitz, rechts, verengt sich, 3, innen halten, in links, 3, verengt sich, 2 und öffnet sich. Und links, 4, kurz, rechts, 4, innen halten. Und links, 2, kurz, außen halten, 30, links, 4, verengt sich, 50 und Kuppe, in links, 3, kurz, 40. Links, 2, kurz, rechts, 4, Bremse, verengt sich, 1, innen halten. In links, 4, und rechts, 3, kurz, in links, 5, 30. Links, 5, 30, rechts, 5, kurz, in links, 4, kurz. Und Achtung, Anadeln, links, hängt nach außen. Und rechts, 5, in links, 3, rechts, 4, verengt sich. In Achtung, wo ist die links, 40, rechts, 4, rechts, 4, verengt sich, 1, in links, 5, ach, 4, 30. Ich fahr viel safer. Trotzdem mit ein paar Fehlern, aber... 30, links, 5, Knoten, 40, rechts, 4, kurz, 30, links, 3, verengt sich, 1, Knoten, 40. Rechts, 5, in links, 5, 30, rechts, 5, kurz, in links, 3, innen halten. Rechts, 3, verengt sich, 30. Links, 2, kurz. Rechts, 3, 30, links, 4, innen halten. Und Achtung, rechts, verbiegen, in links, 5, laden, verengt sich, 1. In rechts, 5, rechts, 4, verengt sich, 3, in links, 4, Knoten, 40. Achtung, rechts, 5, und Hallnadel rechts. In links, 5, ach, 4, in rechts, 5. Und links, 2, innen halten. Rechts, 4, in rechts, 3, lang, 30. Rechts, 6, verengt sich, 4. Und Achtung, links, 4, in Hallnadel links, 30. Links, 5, lang, 30. Spitzrecht, 40, Achtung, Bremse, Abzweigung, rechts abbiegen, Verengung, in Brücke, 30, Abzweigung, links abbiegen, weiter. Und links, 6, in rechts, 3, lang, in links, 3. In rechts, 3, öffnet sich, in Spitzrecht, 40, geschafft. Okay, mal schauen, ohne an der Schikane hängen geblieben zu sein. Und ich kriege ungefähr dieselbe Zeit hin, sogar noch einen Ticken schneller. Und wir haben 10 Sekunden Vorsprung. Also die anderen haben sich da ordentlich aus dem Konzept bringen lassen. Von Nebel, Dunkelheit und von ein paar Regentröpfchen. Süß, sage ich dazu nur. Ja, ich bin hier ein bisschen vorsichtiger gefahren. Das Ding ist, ich bin trotzdem nicht fehlerfrei gefahren. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, 3 Punkte kannst du zwar holen in dieser Etappe. Aber wenn du safe ins Ziel fährst, dann hast du definitiv die 25 Punkte sicher. Und die haben wir jetzt. Ja, geile Sache. Also 28 Punkte geholt und plötzlich sind wir nicht mehr irgendwo um Platz 9, 10 rumdümpelnd. Sondern wir sind direkt auf dem fünften Rang. Und wenn wir jetzt noch 28 Punkte holen, dann haben wir hier 77 in der Gesamtwertung. Dann wären wir Zweiter, vorausgesetzt Lukas Pienjacek. Fährt nochmal, so wie in dieser Rallye. Und Vincent Fiber auch. Also, die nächste Rallye ist die in Australien. Dort können wir nochmal zurückschlagen, ein weiteres Mal. Und das war einfach jetzt eine perfekte Rallye, tatsächlich. So, besiegen sie Frederik Hauswald zweimal in der Rallye. Perfekt. Haben wir geschafft. Jo, ansonsten gucken wir mal das Team. Top motiviert. Die Effizienz nicht ganz perfekt. Finde ich gut. Finde ich gut, dass sie nicht ganz perfekt ist. Denn ergibt Sinn eigentlich. Also, das Team arbeitet jetzt nicht tausendprozentig effizient. Nur weil ich 28 Punkte aus einer Rallye geholt habe. So cool das natürlich auch ist dann entsprechend. Ja, in der WRC 2, da sehen wir... Da gibt es keinen... Ja doch, da gibt es doch einen verhältnismäßig engen Kampf. Doch noch. Also, drei Fahrer können da gewinnen. Insgesamt. Aber... Die Frage ist natürlich, wer von den dreien wird sich durchsetzen. Ich glaube, also... Der Schwede Tiedemann kann sich da eigentlich fast schon als Sieger fühlen. Und Augier... Ja gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist... Mehr als deutlich. Der hat zwei Rallyes nicht gewonnen. Nämlich in Finnland und in Italien. In Italien hat er aber noch einen Punkt in der Powerstage geholt. Aber in den Powerstages, da ist er nicht unbedingt immer so stark dabei. Also, ich sehe gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Powerstages von... Was weiß ich wie vielen? Moment, von... Moment. In Monaco, in Italien, in Polen, in Finnland, Frankreich, Spanien und England. Das heißt, siebenmal hat er nicht die volle Punktzahl geholt. Und dabei hat er insgesamt sechsmal die volle Punktzahl geholt. Also, eine knappe Ausbeute von fast 50 Prozent, wo er die maximale Punktzahl hat. Aber eben auch nur fast 50 Prozent. Warten wir mal ab, ob wir dann, wenn wir gegen ihn antreten können, in dieselbe Region kommen. So, ansonsten würde ich sagen, das war endlich mal eine erfolgreiche Rallye. Das war endlich mal gut. Und in Frankreich haben wir uns entsprechend gegen drei Franzosen hier vorne durchgesetzt. Ist da unten noch ein Vierter auf Platz 11 vielleicht? Tatsache. Also, wir haben uns gegen vier Franzosen durchgesetzt bei ihren Heim... Bei ihren Heim-Rallys. Und konnten hier entsprechend weiter nach vorne rücken. Und wie gesagt, nächstes Mal gibt es vielleicht den Schritt in die Top 3. Das wäre natürlich super. Ansonsten, ja... Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben, dann lasst es mich wissen. Und wir sehen uns entsprechend beim nächsten Mal bei WRC 6 wieder. Ich werde versuchen... Jetzt fängt bei mir die Uni übrigens an. Deswegen werde ich versuchen, zweimal die Woche zu WRC 6 ein Video zu veröffentlichen. Und selbiges gilt eigentlich so für Ride 2. Bei Forza Horizon sind es drei Videos jetzt erstmal. Ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Ansonsten muss ich nochmal gucken. Vielleicht kann ich mehr machen. Vielleicht sehe ich mich aber auch gezwungen, ein bisschen weniger zu machen. Denn Uni ist auch nicht unwichtig, ne? Also, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei WRC 6, wenn es wieder um 28 Punkte geht, die wir vielleicht holen könnten. Haut rein!